Liebe AGVS-Mitglieder, geschätzte Partner, liebe Gäste, liebe Freunde vom Schweizer Automobilgewerbe. Grüezi miteinander. Ich freue mich, Sie alle am 18. Januar hier in Bern im Chursaal begrüssen zu dürfen, zum Tag der Schweizer Garagisten. Das ist übrigens die grösste Fachtagung in der Schweiz vom Automobilgewerbe. Die Mobilität hat immer schon grosse Herausforderungen gehabt und hat sich mit Covid natürlich noch verstärkt. Und unsere systemrelevante Branche ist sehr gefordert in dieser ganzen Zeit. Und Sie als Unternehmerin und als Unternehmer haben diese Herausforderungen gemeistert und werden diese Herausforderungen aber auch in Zukunft meistern. Darum haben wir Sie ins Zentrum unserer Fachtagung gesetzt, hier in Bern. Leider ist es so, nicht alle von Ihnen können an dieser Fachtagung teilnehmen. Und darum werden wir einerseits im Auto Insight, andererseits natürlich auf der Webpage vom AGVS entsprechend über den Tag orientieren und berichten. Schätzte Damen und Herren, ich wünsche Ihren Familien und Ihren Mitarbeitern ein ganzes Erfolgreiches 2022. Und ich freue mich, Sie alle am 18. Januar zum Tag der Schweizer Garagisten begrüssen zu dürfen.